Den hau ich gleich. Mensch, das macht Oma ja noch bald besser. Steh auf, du dummes Luder. Ihr seid doch ein bisschen... Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Also, hier spielen wir Fall Guys. Ach, diese niedlichen. Wo man da hüpfen musste mit den Figuren. Ja, das war lustig, ja. Wo ich mich ja auch zuerst geärgert habe, weil ich es nicht konnte. Wir sind wieder online, ja, das hab ich jetzt schon gelernt. Genau, du bist dieser Papagei. Ja, das könnte klappen. Und was wir jetzt vorhaben mit dir, ist, dass du es schaffst, mindestens in Runde 3 zu kommen. Wär schön. Und der läuft so und so nicht, wo ich hin will. Und rechts und links ist... Rechts, links? Wie, rechts, links. Gut, so. Na, dann ab, die Luzi. Deine Karte ist der Kreisel. Was? 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 Du musst durch die Türen rennen und einige sind aber gar keine Türen. Wo sind denn Türen? Oje, oje, das sieht ja schon mal sehr bunt aus. Wo bist du denn, mein Junge? Er wackelt hier schon, äh, zwei, drei, jetzt geht's... Und los! Und los! Nach vorne! Nach vorne! Ja, wo, mein, wo muss ich denn da denn rennen? Oh, jetzt kollert er, mach weiter. Guck mal, die anderen sind schon viel schneller. Du musst deinen Stick nach vorne drücken. Nach vorne, ja, genau. Ach so! Ja, 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 toll. Ja, das ist ja... Na, jetzt haben wir ihn. Nein! Nein, 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 komm. Wo bist du denn hier? Au! Boing! Seid ihr bescheuert, mich hier? Nee, nee, die... Nein! So, nur, nur, rennen wir... Na, ja, dann rennen wir hier. Dann machen wir das so. Pfui! Nee! Nein! Ich will noch im Spiel... Ach, er hat mich rüberkatapultiert. Da schnell rein. Husch! Husch, 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 husch! Nee, jetzt bleib ich stehen jetzt. Meint ihr Lauf? Nee, ich lauf doch nicht gegen diese Flügel da! Attacke, Junge! Vorwärts! Ach, ihr seid doch... Ihr seid doch ein bisschen... Vorsicht, die Boeings kommen. So. Ach, jetzt bin ich... Wo bin ich denn jetzt hier dann? Ach, mein Kleiner, wo willst du denn hin? Ich seh gar nichts mehr. Und wo? Jetzt bin ich ausgeschieden. Ja, das glaub ich. Ich hab mich verlaufen. Ach, ihr seid ja... Nee, mit euch spiel ich nicht. Ach! Ausschein! Mit euch spiel ich nicht. Bin beleidigt. Ja, ich hab... 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 Ich bin zu spät. Absolut, ja. Und warum schicken wir da so? Ich bin das ja ja nicht, ja? Das ist die grüne Taste. Mach mal das gleich jetzt nochmal. So, wie war das? Das war... Das war... Der grüne war laufen. Und der... Nee... Der dick war laufen. Und der grüne war springen. So. Mein Gott, ob ich dicke. Ja, es ist äh... Was fürs Gehirn. Hm? Siehste, die wollen ja nicht mit uns spielen. Die wissen... Doch, wenn die wissen, dass du da beide... Ja? Dann häng dir doch mal an die große Glocke. Wer spielt mit Oma? 56... Werden ja immer weniger. Wenn du die hinlern, ist doch Rente zur Ziellinie. Ja, ihr Scherz. Bolzen. Da musst du überall durch werden. Die machen sich alle schon warm da unten. Meiner hoffentlich auch. Da ist er. Guck mal, ganz vorne. Drei, zwei, eins und Attacke. Und laufen, 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 laufen. Nicht nach hinten, nach vorne. Bist du schon wieder der Letzte? Das gibt's doch nicht. Lass dich nicht da umrempeln. Da, nicht runterfallen. Nee, komm hier rüber. Nee. Was machst du denn? Evelyn. Ja, ich... Wo, wo, wo... Nach da, ja. Nein, nach vorne. Ja, genau. Und schon nehm ich dir einen anderen Daumen, wenn du jetzt nicht horchst hier. Na, wir haben ja verfehlt schon. Und so, ne? Ja. Jetzt fällst du einfach runter. Ja, warum das? Sag mal, mein Kleiner, jetzt ist aber Schluss. Der Junge ist jetzt besser dran. Jetzt muss ich auch mal aufpassen. Sehr gut. Nee, also... Nee. Nee. Du, ich kündige dir die Freundschaft. Jetzt Vorsicht, die komischen Kullerbälle. Weiter, 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 weiter. Na hin. Na hin. Na hin. Ja, ja, da durch, da... Warum drehst du dich denn immer wieder? Ja? Oh, nein! Oh! Ach so, die Scheibe so. Und jetzt los! Ha, 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 ha! Das ist ja lustig. Tja, das sah so gut aus. Ja. Ausgeschienen. Ja, aber wenn der mich da auch rausschobst, der blöde Ball... Au! Das macht aber Spaß. Also du bist ehrgeizig. Ja. Wenn es nicht klappt, dann bist du sauer. Dann bin ich schon mal ein bisschen böse mit mir, ja. Gott, ja, sag mal. Ja, müssen ja auch erst mal 60 Menschen zusammengeführt werden. Ach so. Oh! Überwinde... Das kennen wir alle schon. Das könnt ihr euch schenken. Sieht ja immer schlimmer aus, hör mal. Klassischer Vielstart. Ups! Jawoll. Ups! Wenn der jetzt kommt, dann spring ich jetzt. Und weiter. Hüpf! Jetzt hat der andere... Das ist doch gemein! Anrücken! Mach hinne! Guck mal, jetzt hüpft und komm nicht hoch. Der ist aber auch ein bisschen unsportlich. Ja, geh durch! Geh durch, Schätzchen! Geh durch! Das arme Teil! Wo muss ich denn nur hin? Durch diese Hohle? Ich... 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 Ich weiß nicht, was die Brücke... Was die Wippe... Was die Wippe... Die gelbe ist die Wippe, ja. Noch... Noch ein Hindernis und ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ne? 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 Hüpft! So, aber gucke mal! Hat der ihn wieder um hier ran? Den hau ich gleich! Und... Hopsen! Und hopsen! Und... 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 Und weiter, weiter, weiter... Ne? Nicht da runter! Also diese... Diese Streifen mit der Wippe, das irritiert mich, weil ich nie weiß, wo ich da bin, wo ich da lang laufen muss. Ja? Ja? Und jetzt... Hops! Ne! Das gibt's doch nicht! Hüpft! Hüpft! Huuu! Ja! Huuu! Ich springe doch hier schon an Dauern! Huuu! Huuu! Das ist... Also die Wippe fand ich doof! Ich will... Möchte! Ich möchte... Ausgeschrieben! Und wie oft machen wir das? Bis du's geschafft hast! Ja, gute Nacht! Dann können wir hier schlafen! Okay, wir probieren's noch mal! Grüne Taste! Warten in... Ach so, wir warten! Also, es geht grad nicht! Okay! Aber ich schaff's dann nicht bis in die zweite! Na, mal gucken! Das ist doch traurig! Vielleicht können wir mal einen Kompromiss machen, wenn ich hier hopse, dann hopst du. Und wenn ich sage, du sollst geradeaus laufen, dann läufst du geradeaus, kannst du mal ein paar Kommandos annehmen. Also, eins mach ich noch und dann hab ich die Nase voll! So, ich werd dir das jetzt zeigen, wie das funktioniert! So! Und jetzt eins, zwei, eins und zero und los! Eigentlich hab ich ja eine gute Position da vorne, das müsste doch eigentlich gehen! Geh doch, mein Kleiner! Und hopsen! Und hopsen! Und weiter! Und schon wieder auf die Schnauze! Jetzt und springen! Nee, jetzt die falsche! Und da und los! Weiter! Lass die nicht umrennen! Renn jetzt! Ja, 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 ja! Hopse weiter! Hopse! Geh durch! Immer noch! Immer noch warten! Dann haben sie uns jetzt ja schön aus dem Spiel genommen! So! Guck mal! Steh auf, du dummes Luder! Und weiter! Oh ne, jetzt kommen die von oben! Und da! Hopf! Hihi! Das sieht putzig aus! Steh auf! Steh auf! Und hüpf! Und weiter! Komm! Und nun ist er runtergefallen! Mach nichts! Weiter! Los! Los! Und der Genie läuft! Genie! Nicht beim Denken! Genie! Ah! Weiter hier! Komm! Komm! Los! Oh! Juhu! Ach, wieder diese ollen Rotorblätter da! So, jetzt kommt das Rollfeld! Hüpf! Jawoll! Hüpf! Hahaha! Also nicht nach vorne rennen, sondern du musst mal auf dieser Höhe hier bleiben! Komm! Oh! Achtung! Ich muss bis besser mit dem reden, verstehst du? Wie? Wie? Also ich muss rechts oder links bleiben da, ne? Ja! Weiter! Weiter! Bin ich falsch jetzt? Muss ich da? Oh! Oh! Die sind ja noch schneller, die Dinger! Schwupp! Nee! Wieder runter! Ich hab's befürchtet! Nee! Oh, das war knapp! Oh, das ist knapp! Oh! Oh, wo muss ich denn hin? Nein! Da kommt noch einer mit! Der kann das auch nicht! Das andere! Hüpf! Und? Hüpf! Dann bin ich aber doch ausgeschieden! Du darfst nur nicht runterfallen, alles andere ist erlaubt! Alles andere! Oh! 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 Der erste Senior auf der ganzen Welt! Nee! Das kann nicht sein! Spring und Hechte? Was ist denn Hechten? Na vorn springen! Lass mich mal, lass mich mal Probe hechten! Und spring durch die Reifen! Ja oder wie? Oma Hopsmann sprach, die Kleine. Nee, ich komm da ja nicht da ran. Wo muss ich denn hin? Ich bin orientierungslos. Ich bin ... Jetzt ist der Reifen weg. Hopsen ... Hopsen ist ... Scheiße. Nee, 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 noch mal. Nimm dir doch die ... Nimm dir Zeit. Ja, und jetzt ... Oh, ja, ah, Mensch, das macht Oma ja noch ein Weiß besser. So, hopp, hopp, hopp. Nee, das ist meine Piste. Ausgeschrieben. Ah ja. Muss sein. Zumindest ist sie dabei gewesen. Sehr gute Leistung. Ja, ich will jetzt nicht nach Hause. Seid ihr auch voll geil süchtig, aber ich krieg's noch nicht hin. Aber ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich finde, das Spiel klasse, wenn ich es auch nicht geschafft habe. Naja, aber was ganz einfach ist, ihr vergesst es ja auch nicht. Abo, Däumchen, Glocke ... Und wie immer, ihr seid die kühle Socke. Können wir wohl leider nicht weiterspielen, wenn die uns nicht lassen. Schade. Mhm. Mhm. Mhm.